So, back to business. Willkommen zurück zu Mega Man 3. Ja, wir haben die Woche geschafft. Und ich glaube mal, wenn ich der Pfaff von Dustman trauen darf, würde ich sagen, machen wir jetzt mal ihn hier. War schon mal drin, kam aber glaube ich nicht sehr weit. Und jetzt dürften meine E-Tanks wieder voll sein, denn ich habe das letzte Mal gefarmt. Und ich mag die Stage irgendwie nicht. Genau deswegen. Ach nee, stimmt, da war ja noch was, nämlich mit den komischen... Äh... Ja, doch Spikes. Die waren das größte Übel. Ja, genau das war das Problem. Das war das scheiß Problem. Ah, das geht schon wieder los. Ich bin jetzt schon auf den Sackly Stage. Oh, dass er so schwebt gefällt mir gar nicht. Und weg. Hm, ja, jetzt ging das los hier. Jetzt ging der Spaß richtig los. Spike Terror. Ja, lieber sich treffen lassen, als von den Spikes getötet zu werden. Gut, manche Treffer sind unnötig. Komm, mach mal so. So geht's ja auch. Oh, das war knapp. Ja, das war jetzt zu viel getroffen worden. Das war jetzt zu viel getroffen worden. Mann. Oh, die Stage geht noch auf die Klötzer. Bloß wegen der blöden Spikes. Ja, wegen diesen blöden scheiß Spikes. Mann. Von NES her war das nicht so scheiße gemacht hier. Ich haß das Spikes. Das ist nämlich Instant Kill bei Mega Man. Oh, und hier schwebt er noch so komisch im Wasser. Das geht noch auf die Klötze. Ja, natürlich doch. Das trifft nicht noch. Ist klar. So, sich lieber manchmal treffen lassen, als zu sterben. Ja, so natürlich nicht. Oh, zu viele... Zu viele Sprites hier schon wieder unterwegs. Oh, das war knapp. Natürlich Sprite Limitations, die Immobilienator. Es ist... Traumhaft. Wie soll man das machen? Alter, geht mir die Stage auf die Klötze. Das ist geil, Schild. Jetzt hab ich die wachsende Dicke von der Scheiße hier. Meine Fresse. Das war dumm, da reinzuspringen. Boah, das sind so nahe Sprung hier. Das sind so verkackt nahe Sprung hier. Das ist richtig ekelhaft. Das ist leider nicht schießen, du Vollidiot. Boah, die Sprungmechanik ist zum Kotzen hier. Nein, das war zu nahe Scheiße. Ich wollte ihn triggern, dass er schießt. Ich hab keinen Bock auf die Stitch. Irgendwann muss ich's ihm machen. Irgendwann muss ich's ihm machen. Irgendwann, der Boss ist nicht das Problem. Seine Stage ist einfach kacke. Boah, im Nestteil war die so schön einfach, die Sage. Im Minas-Teil war die so schön einfach. Tissi, dass du was von... NIE NICHT. Alter, Mann, gib mir das Gelack auf die Klötze hier mit diesen scheiß Sprite-Limitations. Das reicht's mir. Ja, wahrscheinlich wird's voll verschwindet, wenn ich jetzt sterbe. Das wird nicht. Na, komm, ist egal. Geh weiter. Geh weiter. Noch mehr Spikes. Hört das denn nie auf hier? Danke, da hast du Energie. Kann man die irgendwie zerstören, diese komischen Kreissägen? Halten die viel aus. Ja, natürlich verarsche ich mich doch, du Mistvieh. Oh nein, schon wieder nach unten. Alter. Ist mir egal. Ich pfeife mir jetzt die ganzen E-Tanks rein. Ich will diese Stage hinter mich bringen. Was, wenn ich jetzt sterbe, dann... Waren meine E-Tanks? Umsonst. Das dürfen sie nicht, das dürfen sie einfach nicht. Äh, die gibt ja leider keine E-Tanks. Äh, die gibt ja leider keine E-Tanks. Ich nehm's zurück. Ich hab' nichts ge- Gott, was ist denn? Okay, so tief geht's runter. Boah, mit Null Leben das Ganze. Das war's. E-Tanks verpratzt. Wunderbar. Scheiße. Ich hab' zwei E-Tanks verpratzt für diese Kacke. Obwohl, ne, einen hab' ich noch. Wo wär' denn der Midway Point gewesen? Oh, hätte ich mal ein weiteres Leben gehabt. So ne Scheiße. Kotzt mich das gerade an. Kotzt mich das gerade an mit dir, Stage. So kann ich hier sliden? Ja, kann ich. Nein! Zu weit, du Trottel! Komm. Geh sterben. Ich will mit zwei Leben dadurch. Ich will mit zwei Leben dadurch. So ist es kacke. So ist es gerade echt kacke. Mann. Gib mir die Stage auf die Klötzer. Aber ja, die Mega Man 3 in die Stage besser als die hier. Oh, ist die nervig, ey. Press A Button, ja. So, Push B Button, jetzt reicht's mir langsam. Dieser. Kackten Stage. Ja, natürlich. Oh, danke. So, ich treffen lassen. Handitschen. Und diese. Aber nutzen. So, illegal rüberjumpen. An der Stelle sliden. Allerdings nicht zu weit. Wir treffen lassen drüber. So, weg hier. Das war sowas von Klaas, du dich da treffen lässt, du Bastard. Sprichst du vielleicht noch hoch genug? Sprichst du vielleicht noch hoch genug? Die E-Tank zurückfarmen von... ...Eddie. Geht auch, wenn ich jetzt sterbe... ...habe ich diesen E-Tank verpratzt. Und das wäre kacke. Das brauche ich nicht. Alter, wie schnell respawnen die Viecher. Das ist ja widerlich. So, Fisch Nummer 2. Was mir in Mega Man 3 immer auf den Sack ging, war dieses Scheiß... ...wann die Scheiß... ...Sprite... ...Sprite... ...Sprite Limitations, genau. So, hier war jetzt die Farmstelle für Eddy. Na, nee. Leben ist zwar schön, aber ich will nie den Kahn. Es ist mir egal, wie lange das dauert. Ich will nie den Kahn. Ist mir egal, wie lange das dauert. Ich will nie den Kahn. Ja. Vor allem kann ich eigentlich mal rausfinden, jetzt wo der Midway Point... ...eigentlich... ...ist. Okay, da ist der Midway Point. Kurz vorm... ...kurz vor diesem Fischi. Jetzt macht er das ständig, oder wie? Explodieren. Bye-bye. Jetzt liegt Eddy wieder da? Oder ist er... ...ist wieder weg? Oh Gott. Ich dachte, das Vieh trifft mich noch. Nein. Eddy ist weg. Ich hasse diese Stage. Ich hasse sie so sehr. Okay, Wasser steiiiigt. Okay, wie weit ist es denn noch? Oh Gott. Komm, drüber da. Nein! Scheiße! Ich hab nicht auf die Energie geachtet. Ich hab nicht auf die Energie geachtet. Boah, ich mach so ein Häkchen, wenn die Stage vorbei ist. Ich mach da so ein Häkchen dran. Bloß, wenn ich jetzt verkacke... ...hab ich dann Bock, die Stage schon mal zu machen im nächsten Part. Und da geh ich dann zu... ...zu Drillmann. Eigentlich war's ja nicht so geplant. Naja, wenigstens schon weiter. Wenigstens schon weiter. Einmal von den Spikes getroffen werden, es ist vorbei. Vor allem Funst, der Rush steht ja auch hier nicht. Oh Gott, ich ahne, wie ich's machen muss. Funktioniert der Rush quali unten? Oh Gott, war das knapp. Wie lang geht die Stage noch? Ist egal, die Tank. Pfeif's dir rein. Pfeif's dir einfach noch rein. Okay, ich muss nach unten. Wie viel Spikes denn noch? Oh, endlich da ist Diveman! So, der muss jetzt klappen. Mit zwei E-Tanks. Und nur Leben. So. So. Das war mit seiner Waffe. Ist sie nicht. E-Tank. Danke, ich muss die Stage nicht mehr machen. Ich muss die verkackte Stage nicht mehr machen. Oh, danke. Ich muss die verkackte Stage nicht mehr machen. Ich hab sie so gehasst. Danke. Danke. Danke, dass ich diese Kack Stage nicht mehr machen muss. So. Ich presse E-Button. Bleibt nur einer. Beim nächsten Mal. Gehen wir besuchen. Den Drillmann. Den Grillmann. Bis dann, tschüss.